Ein nix mehr. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So you have a problem with being here for an hour? Yes. You don't agree with this. Okay. Thank you. Do you need some inflation? Okay. 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 Thank you. Thank you. Okay. First of all, I think we should all take one minute. Okay. And say our names and, I don't know, our occupation or our basic interest and like this. Okay. I work with traumatized boys. Yes. I am Adonis. I am Adonis. I do, I do not, I do not do nothing. I am Adonis. 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 And I am Adonis. 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 Can I stay without being filmed? Can she? Of course. I can see. Oh. Is everybody? I would like to be filmed with you. Oh me too. Me too. Ja. So are you going to publish it? Yes, it is streaming right now on Periscope and then it is uploaded on YouTube and archive And can we vote for it to stop it? We can vote, yeah I mean, can we make the decision to stop it right now? No, not at all So why to vote? If we voted, then we want to have a decision after voting, right? Take action Are you going to destroy the camera? I'm going to use violence right now At least I'm going to be forced to leave really That's the problem Actually it's a part of my performance You said so before Exactly And you agreed I'm not leaving Yeah, we agreed So here we are So we have to go No That's what I said In the reaction You said that we will go a long ago You have to leave there It would be better to leave there now Okay Okay What would you do Please vote Hello And you You took We can vote again You have to go with your film with this It's their performance with the material Is there a way we can change the performance? Who is in charge here? Ja, ich kann es nicht mehr sehen, dass ich es nicht mehr sehen kann. Vielen Dank. 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 Yeah. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. 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 Thank you. 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 I know. Es ist ziemlich unkomfortabel zu wissen, dass es bestimmte Leute in der Runde, die sehr bewusst sind, der Macht, die sie haben, und der Rest von uns, die wir bewusst sind, dass wir diese Macht jetzt verletzten. Warum? Warum denkst du das? Nein, ich meine, warum findest du das so... dass es dich verletzten? Ist es nicht eine gewünschung der Leben von der anderen Seite, von der Arctex-Mission? Kannst du sagen etwas über das? Ich habe nicht gehört, aber ich wollte sagen, dass ich ein bisschen Stress fühle mich, während dieser Performance, weil es wie du sagst, dass... Ich meine, half der Leute sagen, was du sagst, dass es sehr viel Macht, dass wir als Performance haben, und die anderen half sagen, dass du nicht etwas tun hast, um zu contribieren zu dem, was wir tun, wie du sagst. Nein, wer sagst das? Vielleicht, du sagst das? Ja. Ich meine... Ja. Du kannst du da, dass... Du kannst du da, weil du nicht sagen kannst, du kannst du da, weil du nicht zu tun hast. Du kannst du da, weil du nicht zu tun hast. Aber du hast die Framework setziert. Ja. Und so das ist die Power. Aber ich würde eigentlich auch nicht zu tun haben. Ich würde da, weil es ziemlich viel, ich würde da, weil es sehr viel ist. Und das ist die Menschen. Du kannst das die Framework setzieren. Und du kannst das die Framework setzieren. Ja. Du kannst das die Framework setzieren. Du kannst das das die Framework setzieren. Du kannst du das alles machen. Aber es gibt die Möglichkeiten. Es gibt keine Möglichkeiten, man kann alles machen. Man kann es nicht. Man kann es nicht. Warum? Nein. Es gibt keine Möglichkeiten. Warum? Warum ist das eine Anbetetung? Nein. Nein, nein. Nein, das ist eine Anbetetung. Es ist nur ein Anbetetung. Es ist nur eine Anbetetung. Das ist eine Anbetetung. Das ist eine Anbetetung, die wir aufgestellt haben. im ersten Platz aber dann niemand von uns macht nichts wenn wir nur sitzen und schreien und schreien alle ich mache das für christmas ja So what does everyone want to do with all this wonderful freedom that we have in the next half hour? Do you think playing music on your phone is part of this? Somehow? How? Music is a form of language. But isn't this a score for you guys? This is a score for you, not us. No, for everyone. No, we don't have a scenario actually. Then why you are not smart but you have a document and you are starting to talk. You have to start talking. You have a moment to play and I have a moment to hit. So what do you do? I don't know. Well, there are some rules for you and you cannot do whatever. Better? I don't know. I don't know. I don't know. I guess also it's your face. You don't know. Yeah, it's your face actually. Okay, fine. Now good. Let's listen to some music. Who's against it? I don't know. I don't know. I don't know. Any recommendations? I don't know. Hey, what's your name again? Hey, you need to say who you are and what you do, and you too. I'm Smyros, and I work in India. You? I'm Smyros. I'm a dark person. Good. Hi, John. You are working at the recommended. How much do you get paid? Enough for what? For the type of work I'm doing. What's the work you're doing? And what do you get paid? In India, you write. You do what? In India, you write. In India, what's that? In India. What's the work I do? I'm making sure I'm in the right. From the iron that's not. You're the God, you're the behind. Help me. What do you get paid? Is it true that they open an iron box, and then they put it down in factory? Nein, nein, nein. Das ist wahr? Kommt! Wir können uns darüber diskutieren. Es ist Teil des Freitag, ich meine, wir können es diskutieren. Natürlich, wir können. Du sagst, dass es nicht so ist. Ja, du kannst es hier kommen. Ich wollte es sagen, und ich denke, es war ein freier Problem. Ich weiß nicht, warum es nicht so ist. Aber ich spreche mit einigen anderen Entwicklern, und sie sagten, dass sie sie 9 Jahre erstellt haben. Und dann haben sie sie... Ich kann es sagen, sie haben sie nicht 9 Jahre. Was haben wir hier? Sie haben sie nicht 9 Jahre? Nein. Und Sie wissen, was Sie für Ihre Arbeit? Sie haben uns die Arbeit. Was ist das? 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 Was ist das für Ihre Arbeit? Nein, für Ihre Arbeit. Ich bin für Freie, ich bin für Geld, ich bin für Erfahrung, ich bin für Spaß, ich bin für Spaß. Wenn Sie hier sind, in Grieße, dann bin ich nicht sicher, ob Sie arbeiten hier sind, so Sie müssen ein paar Dinge geben. Entschuldigung? Sie sind nicht in Grieße, sind Sie? Ich bin nicht in Grieße. Sie sind nicht in Grieße. Sie kamen in Grieße, also Sie müssen sie bezahlen. Nein. Ich kann hier kommen, ohne zu bezahlen. Sie fliehen? Ich fliehe, aber ich muss es bezahlen, zu fliehen. Ich bin nicht bezahlen. Fliehen. So, how did you pay the flight? Sorry? So, she means that you must be paid to be able to travel, but how much means it can't like that? Somewhere. And he said, well, sometimes it works to get paid. Okay. I didn't get it. I didn't get it. I didn't get it. I didn't get it. The text. And I see some expressions here. How individual narcissism is connected to capitalism, and not to socialism or communism. But you are not getting time, but he's getting pressure. Do you want for the government? Huh? Do you want for the government? the RMS? Yeah. They're getting paid. They can tell you that much. No more. I'm just asking. Just asking. Just asking. Maybe you have the, in which you take your postcard of the green, and I don't, I just don't bother. I don't want to do this. I don't want to do that. Huh? They're both. So who wants to share how much he gets paid? He or she? Yeah. Who wants to share how much she or he getting paid? The net one. It starts with 1,850 and it ends with 700. Is this how much you want to pay? Yeah. It comes from a pocket. Why, why that? It's less than half. Because of taxes. Because of taxes. Because of taxes. Because of taxes. I think it's withdrawn from salary. It's a lot. Okay. I wouldn't make, if I worked full time, I would make two and a half. Mm-hmm. Bruto. But I work 30 hours, so it's about 2,000. Bruto. And 1,500 net. Okay. And where do you need it? In Berlin. I live too. I'm getting paid by the city of Berlin. More almost. But the state office for you is for young people. It's a public loan. I work for Documenta and I'm getting paid 1,200 euros. And that just because we made an autonomous organization under Fair Coop. And we are getting paid through Fair Coop. Instead of putting a man in the middle in order to be workers for Documenta. Because it's a company that has its basis on Germany. So they couldn't hire people here. And this ugly thing that happened with the insulators happened exactly because of that. Because, yeah, they had to hire a company in order to hire the people that they're working here. And this cut it off 40% of their salary. So the price that Documenta spent it for the insulators was 9 euros at the start. But what comes to the pocket of the insulators is 4-5 euros. It's not much. It's not much. I gave 1,200 and I got a token. My ARK, I work as he does for 26 months. But my regular zone is a bargain one. And I get 5 euros per hour. I'm, yeah. With the net but without the shrimp. Black. So I guess the power regulations are starting to change in everything. And make it back. I get a stipend of that. That's 1,000 council months. Okay. So this is 1,300 euros, something like that. I would maybe disagree with you. About what? About the power relations. A subject of power isn't defined by income, I believe. It is defined by... I need to choose my words wisely. What? I need to choose my words wisely. It's defined by... Like... A strong state. A strong... A strong structure of norm-giving institutions. And that it is not necessarily linked to income. I believe. Perhaps you'd like to clarify a bit. Say a bit more about... What you meant when you said the power of the shows of the change. Yes. I think it's clear. I don't know. I could be... Like wealthy, but I'm still... Like a victim of power if I'm... Like, for example, giving myself away to a system of medical norms, for example. Washing my hands after each meal. Um... Doesn't... Makes me, like... A subject of... Hygienic norms. That I don't necessarily need to be. You know, to free myself from that bullshit. So... I don't know. Does anyone make more money from him? I work more. Is that too far up? I... I like to... If I work full-time, it would be like 2,500... Yeah. What does that work for? Net-level is 1,500. Yeah, the full-time net-level. Yeah, the full-time net-level. What's your full-time net-level? My full-time net-level is like 2,000. Um... Or... Not even 1,800. It would be, wow. And still, I really would actually expand on the net-level... Ich würde mich sehr interessieren, weil es in diesem Bild ist, und ich würde mich sehr interessieren. Ich versuche, etwas mehr über was du sagst, wenn du nicht sagst. Ja, was hast du gehört? Was hast du gesagt? Bitte. Ist das dich? Es ist schon ein Jahr. Es war schon ein Jahr. Ja. Ist das hier? Farr. Jetzt gehen wir wieder. Was ist passiert? Du hast es die Frage. Du hast es die Frage. Sie sind die Frage. Sie sind die Frage. Sie sind die Frage. Was passiert hier? Sorry, ich habe die Frage. Wäre ich die Mikrofon? Vielleicht? Does anybody want to have the microphone? Sorry. What's that? Oh, it's you. I'm not a fan of the video. I'm not a fan of the video. What's that? I'm not a fan of the video. I'm not a fan of the video. Ist das ein Stück von Art? Was ist das ein Stück von Art? Ein Stück von Art? Ja, ich habe meine Hunde in Berlin vergessen. Ich bin so dum, die Frau. Entschuldigung, ich habe die Mikrofon noch nicht. Ich kann überprüfen Ihre Boring-Thing hier ein bisschen. Ich meine, ich mag nicht die Idee, picking auf eine Person und auf eine Facebook-Page. Das macht uns nicht viel weiter. Also, ich würde gerne... Oh, das war's. Okay, Mikrofon ist zu laut, oder? Das ist einfach so wunderschön. Actually, ich würde... Ich würde viel mehr gerne fragen, die Leute. Ich würde eher gerne fragen, die Leute, die hier arbeiten, um uns eine Geschichte zu geben, was ihr Erfahrungen mit all diesen Erfahrungen ist. Kannst du mir zuerst erzählen, welche Erfahrungen das ist? Wie viele Erfahrungen hast du bereits gemacht? Das ist das, was wir jetzt machen. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Das war's. 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 Das war's, das war's. Und wir wollten, dass wir uns nicht nur sagen, was ihr denken, was ihr übernommen ist? Und nicht nur uns, dass ihr ein paar Jahre erzählen. Und das war's. Was ihr das Projekt übernommen? Oder, was ihr denn jetzt geht? Wir haben das noch nicht. Warum? Wir haben ein paar Dinge. Wir versuchen, dich zu erzeugen, dich zu erzeugen, dich zu erzeugen, dich zu erzeugen. Ich glaube, heute hat es sehr gut gemacht, ehrlich gesagt. Der Fakt, dass wir dich alle diese Freiheit geben und die ganze Sache, die du machst, ist zu sehen, ist unglaublich. Für einen anderen Tag, weil es der 15. Tag, das wir tun haben. Ich denke, dass es gut funktioniert, insbesondere weil ihr auch. Ich glaube, dass wir die nächsten Mal machen können, um die Veränderungen zu machen. Ich bin nicht sicher, dass es gut funktioniert für uns heute, das Fakt, dass wir nur diese Veränderung haben. Und ich glaube, dass wir gut gemacht haben. Aber es ist eine neue Part der Welt. Ich habe gesagt... Ich bin ein Teil der Wolkenes. Ja, woher? Ja, ich glaube, dass ihr auch ein Teil davon habt. Und ihr seid. Und alle sind. Und einige sind mehr zu erzeugen. Und andere sind nicht mehr zu erzeugen. Aber die Veränderungen zu erzeugen. Und das ist eine Art von der Veränderungen. Und das ist ein Teil davon. 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 So, ja, was ich wollte sagen, ist, dass der erste ist die Performer und dann die Publikum. Ja, das ist die erste Sache, die man als ein Power-Relationsschaft in der Runde kann. Aber nachher habe ich gesehen, dass es klar ist, dass die Leute, die zu sprechen, sind die Leute, die in der Runde sind, die besser in der Runde sind, die besser in der Runde sind, oder die besser in der Runde sind, oder die können Englisch mehr fluently sprechen. Und dann gibt es so viele andere Power-Relationsschaften, oder Männer. Also gibt es so viele andere Power-Relationsschaften, die sich selbst herausfinden. Für mich, wie ich es so lange habe. Und, ja, natürlich, Geld ist eine große Power-Relation. Und zwischen den sozialen Runde. Natürlich, ja. Und heute, ich bin... Ich bin... Es funktioniert, ja. Und... Ich bin... Es ist schön, dass eine Person, die... ja, sagt... Ich will nicht sein, dass die Person die auf dem Mikrofon sprechen, aber trotzdem, nicht erneut. Ja. Ich glaube, die most interessanteste Teil ist, dass immer jederzeit, jemanden fragt, wer ist dahin, wer ist das? Wer ist der Artikel? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Und es ist wie, wenn Menschen nicht die Situation, und sie nicht wissen, wie reagieren, sie wollen, jemanden der Macht, zu verraten. Für das. 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 Ja, aber es ist necessariamente eine Neuheit für einen anderen zu erzählen, was wir tun müssen, und wie wir tun müssen, und wie wir tun müssen. Es ist komplett verletzt. Ja, aber es ist... Ja, aber es ist... Es ist eine Artikel. Aber er sagte, dass jemand anders kann den Mikrofon und wir können, was wir wollen, was wir wollen. Und wir sind noch immer noch darüber, über das. Über die Regeln, was wir, wie wir Leute gesagt haben, war es in den Anfang. Aber es ist auch... Es ist auch nicht... Es ist eine Art zu lernen, wie wir leben in Freiheit es macht es nicht auf sich como auf dich高ene Aber als du das tatsächlich sieht, wird das als eine Wand in front of you and I became silent in the first place, not an insecure, you know you're shaking, still shaking, still nervous. You have three, you have three in the original world. I want to go to your side, you have three in the original world. Can you please say it again? Yes, I will say it also for the camera, thank you very much. I want to go out because I feel more free out than inside. Thank you, bye. Does anyone else feel anger? Honestly. What? Does anyone feel angry? Can you not? Not. Not. I feel bored at having someone trying to teach me a lesson in your office. Yes. So, completely obviously. Let's see if I have some questions and the left. Ah, the mic is going to be in here. Yes. I know. Sir? Yes. He asked me what he said to us in the beginning. Sorry. I would agree, like, on a theoretical level, I wouldn't call it boring, but... Yeah, it's pretty obvious, but like, from a physical level, I'm totally not bored, so... There's like a difference. I feel there's a difference. Yeah. Yeah. I don't know. Yeah, I should just... Okay. Do you... Yeah. Do you see a stand for me, it's really the camera, that's ... ... not very kind, actually. Das ist also warum ich nicht sagen wollte, das ist auch warum ich jetzt gehen will. Das ist mein Grund. Ich erkläre es euch jetzt. Das ist auch warum ich jetzt lege. Vielen Dank.